ein toll geben das spiel jetzt auch ab hier wo kommen ich glaube was sagen erst weil er wird sehen und schieben macht mit einem Kuh ein 6 Prozent der Mensch 600 das hat er sechs Prozent der 60 durch die 60 Rüstung er hat wir machen sich die Nienste und normal ja normal ja normal natürlich normal tschüss 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 ey mein Decoy macht jetzt schon 160 Schaden so lächerlich du hast willkommen ich hab willkommen ohne Witz wer sieht denn bestimmt mal eine HD in einem Normal Game ok Nunu spielt jetzt nicht P sondern AD ich will auch AD und ich hab genauso wie er die jetzt alle ihre ADs auf AS spielen das ist so lächerlich ich hab das doch nur gemacht weil Tanki einfach nur scheiß OP ist ja ich hab aber keinen Bock auf auf ihr wisst schon was ich meine auf ein ja ja Gott mach ich ein Damage so viel Damage darf in den Item AD wie viel Damage hab ich gegrüßt ja ich mix mir auch noch meine Items wie ich sie grad haben will ja natürlich Keytales und so alles will ich ja alles haben wenn ich rein auf den Silberzocker auf den Silberzocker nix uuuh Der Decoy ist so geil, Mann. Ja, 160 Schaden, ne? Der Decoy. Cool, cool. Oh, na. Ah! Nein! Wukong ist so geil, Mann. Ich werde den irgendwann mal im Normale auf AP spielen. Nein, wirst du nicht. Doch, und wie? Ich werde dich fallen, aber ich wurde nicht gelassen. Und wie ich das werde? Bist du eh nicht. Guck dir den. Ich hab Lust zu flamen. Ja, Junge, ich bin Gedingens und dann hat sie geflasht. Nee, warum tust du das? Ich bin Dingens und dann hat sie geflasht. Das ist halt so. Ja, was tolles Dingen. Eh. Piss dich mal, du Kackers. Hm. Ja, Alter, ohne Witz wird mehr Schaden, ey. Das Killsteal. Das Killsteal. Das Killsteal. Das Killsteal. Das Killsteal. Ja, Ghouls. Ist gut. Ich hab's verstanden, ey. Bloß Flix und Peperdinger, ey. Go, go, Zapdings gegen Ghouls. Wenn ich jetzt gewinne. Mein Decoy-Gewinn, Alter, mit 208 Damage. Äh, ja, aber Die. Aber der C4 hat halt ein bissel Schaden. Ja, dann darfst du es nicht kaufen. Genauso wie du eigentlich Schien nicht kaufen dürftest, wenn du einen AP-Champ hast. Alter, verpiss dich, Joris. Alter, will mir keiner von euch spielen. Alter, siehst du mich nicht oder so? Nee, du warst gerade unsichtbar. Okay, dann ist das natürlich verständlich. Irgendwie kriegt der das nicht so gut mit dem ASG, ne? Ja, dann verkaufe ich das wieder. Oh yeah! Oh yeah! I love Wukong. Oh, ich muss verrecken, ich habe eine UL, es kann schnell wieder hier sein. Boom, Junge! Leute, mein Decoy hat nicht getroffen, scheiße. Raka-Silentsophil, Mann. Ja, Tim, man kann es mal weggehen. Gibt es schon mal gar nicht, Tim. Alter, an der SNL Alpha Strike würde mich umbringen. Ah, das glaube ich noch nicht so. Aber doch, obwohl... Wacht ein bisschen der Betriebe. Die macht 100 Prozent. Sieht sich an Kulta, dann kann man Tim mal wieder fokussend. Ja, komm her. Ja, der trifft mal keinen Busch. Das ist eine Art Lötchen. Soll. Krass. Ja, einfach der beste Dodger, Junge. Dodger? Dodgeball? Ja, dodgeball. Boah, voll in die Nüsse, ich bin der Film voll in die Nüsse. Ich wurde gechased. Gechased! Was hättest du gechased? Gechased? Nowherein kultflo cả! GUT! So geil! Boah macht doch mehr Schaden als ich dachte! Ich meine Ulzi hattet ihr die Vision für das, was ihr getan habt. Ja. Die hätten wir auch so gehabt. Nur dadurch haben wir gewonnen. GG. Geh weg Timma! Du willst das doch gar nicht! Geh weg Timma! Geh weg Timma! Alter, ohne Miss... Caro, was willst du eigentlich von mir? Und dann wundert sie sich, warum wir sie alle fokussen, ja? Ja, ist so, ne? Oh, die ist ready! Wow, wow, wow! Das sind die Lanzen! Ja, ja, Caro, komm! Schade! Gobbiland? Gobbi! Okay, ähm, seid ihr ready? Moment! Okay, okay! Ich bin immer ready! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, mein Gott! Ich war ein Minion! Wooh! Wuh! 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 Gute! Ja genau! Ja genau! Nein, Creezy! Wir brauchen ja elf Jahre nicht! Caro ist der beste Main-Fokus, Alter. Oh, mein Decoil macht jetzt 300 Schaden. Toll, oder auch nicht. Ja doch. Ja, wenn sie mal überleben würde. Aber hab ja noch genug Krankheiten. Hatte nur 9,4 Sekunden Cooldown. That's my N.O.P. Warum machen jemand meine Geek-Ecoils kaputt, Mann? Hier auf den Scheiß-Sie. Lol. Oh yeah! Oh nein! Oh nein! Ich hab bei ihnen eh nichts getroffen. So lucky. Ich hab mit dem eh einen Minion getroffen. Fail. Wow! Wow! Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ah! 230 Schaden. Alter. Das ist die für's dreckig OP. Kommst du auch rauf? Keine Ahnung. Haben wir nur vier Leute hier gerade aus dem Team. Ja, aus dem Spiel. Das ist die für's. Das ist die für's. Das ist die für's. Ah, super. No! Ulti's ready. So much starben. Ah, dieser Slow. Das ist so lächerlich. OFT Ach! Eh eh eh. Das ist der vergleiche. War am Junge! Ah. Ah, der kleine Abbrech. Ah ah! Ah. Ich habe nicht genug Attack Speed. Überall noch nicht, äh! Wah! Bauch! Ah, der kleine Abbrech. Ah. das ist so leicherlich man ja die Proc zu auf der Karte und wieder auf der Karte Proc also Master ist ich dein Ernst oder? ja, ich will gleich NEIN! Zubart! NEIN! Ich hab... zu langsam oh laul, werde ich fast in das gewisse Jay-Z-Bingy reingerannt warum bleiben die eigentlich nicht im Decoy stehen? der macht doch nur 300 Schaden Falschaden ja, ist ja nicht viel guck mal wie der Guler stehen bleibt das ist ja Ghul, alter dummer Ghul 60 Sekunden Ulti 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 ich will sterben und wenn er das Leben war alles zu er frechst sich er will ziehen er wollte in den Eidernissen das glaube ich nicht so hat er auch und breitig das ist so das nur ich glaube ich habe ich glaube und gern kleinen bösen Pokémon Entschuldigung und nicht über das ist richtig okay das ist richtig okay das darf man noch, oder? Ich glaube mir das auch das Ranch-Only-Item Leiden darf ich noch nicht holen, nur da? Nee, es gibt OP Fuck Ja, das ist ziemlich ärgerlich, ne? Die meisten haben, äh... Da hast du nicht viel Mh Nimmst du, Bob? Dann nicht Boom, Junge! 20 Sekunden Ulti Ey, Vukong hat so krasse Basic-Damage Äh, Basic... Hat grünen grünen Klaus, das ist mit Attack-Speak, gibt das auch noch, äh... Alter, haben wir nicht gerade gesagt, darfst du dich das Item nicht kaufen mit den 20-Damage? Mh Welches denn? Dieses C4 Wer hat denn das? Er hat sogar noch gefragt Tristana Alter, ohne Witz muss man denn hier echt alles dreimal in den Arsch schieben, oder so? Oh, ja Wuuu! 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 Schön zum Preformen! Ich hätte das mal ein Schutchild aufbauen da... Siehste? Siehste? Wuuu! 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 Gott, mein 103er Bitch! Wuuu! 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 Ey Wukong ist so stark, ohne Mist, Alter. Kein Wunder, dass die die Loops immer auf der Toplane spielen. Ja! Ich hab ihn noch bekommen. Ich bin bereit. Wut ist bereit. Scheiße! Wow, nice deal. Ich darf keinen je kaufen, oder? Tada! W-w-w-what? Wow. Das ist AD. Ja, dann natürlich nicht. Was? Ab... Attack Speed Checko hört sich so krass an. Ja, zweimal... Zweimal Attack Speed Checko. Wie mach ich das jetzt? Ähm, exekuten. Oder? Kirsten. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Groß auf die Caro! Gogo! Sie hat nichts aus deiner Muramana! Und... Du hast es so bonnischer! Mann! Ja, da kam die Soraka und der Yee kam auch noch. Oh, dieser, dieser Pfeile, die ich jetzt schieße mit meinem Hurricane, machen 10 Schaden. Wow! Aber du machst die halt ganz schnell, ne? Mhm. Dolph! Und diese, diese Pfeile können auch noch das Statik-Klinge auslösen. Wow, ist... Renner, weg! Ach so, das war die Geist. Äh, ein echter? Hä? Ich dachte, das war der Geist. Nein, äh, also der, der echte kriegt auch so'n Dings über sich. Baaah, ist das verwirrend, Alter. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Nimm das hier Ding! Ah, schade. Wieso flame ich? Äh? Ah! Ich bin tot! Ich weiß ja nicht. Ich hab's schon gesagt, dass du ihn zuflamest. Und den weggeschossen hast. Weil, weil, weil Tristana links weggeschossen hat. Den Feind. Deswegen hast du geflamed. Attack-Speed Chaco geht schon ab. Irgendwie. Zumal nicht labern, Mann, da helfen! Naaah! Ach, Quatsch! Der braucht keine Hilfe. Mach's doch doch, Mann! Ein Baum, wenn ich bitten darf! Ein Stück, ein Stück Holz. Wasser, du bist tot, wenn ich mal denke. Ganz, ganz dick sagen. Und ich mach gar keinen Schaden! Waaat? Lüge doch nicht! Du machst übel viel Damage! Das ist nicht gerade ein Glück schon! Aber bringt es, bringt es was, ähm, die Statik-Klinge zweimal zu kaufen? Nein. Nein. Fünf Gegner, oder was? Nein, ich hab keine Gegner. Äh, ich hab ja keine Dings mehr. Keine Einziges mehr nicht mehr. Oh, doch, Witz End! Eben, Witz End kannst du den... Ja, Caro, wie gefällt dir das, hä? Ja? Siehst du mal, wie toll das ist? Wenn man hingerichtet wird. Vielleicht mal versuchen wir den Emilio zu snacken. Ja, mach ich mal. Nein, du bist ein Arsch, Timber! Du bist ein Arsch! Er hört uns zu, er hört uns zu! Le bräuchte�, du bist ein Arsch! Was ist das? Was ist das? Ha ha! Huten-Ba! Ich glaub ja, ich bin gut an den... ... des Eggers! Da ist Master Da wäre noch ein Master Renn Oh, Caro denkt, sie kann es nicht mehr aufnehmen Sie hat eine Muramana, sie töte dich ohne Scheiß, geh lieber weg, sie hat eine Muramana und ein Zenchipel Ich hab aber einen, ich hab einen... Mas Du bist tot Tja, Master, ich hab's dir gesagt Nein Ich hab's dir gesagt Was kann ich mir denn noch mit Rüstung kaufen und AD Frozen Heart Ja, Rüstung und AD Frozen Heart Naja, scheiß doch, wenn es meiner gibt Who cares War im Flame nie wieder Was sollen sie mit Flame, weil du tanky gehst? Na gut, stimmt, du gehst auf AD Boah, mein Kuh macht ganze 160 Schaden Kaufe dir einen Trinity Naja Ja, hab ich vor Ne, 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 das gibt AP Schande über dich Äh, AP, Maokai Eh Ja, auf wen Vielleicht auf Summers Rift in der Mitte Ne, auch hier auf Aram ist der recht stark Ist halt nicht so tanky wie ein Tank Ja, was auch irgendwo einleuchtend ist Oh shit, oh shit Sorry, konnte nicht vorher kommen Oh mein Gott Ja, Caro Ja, Caro macht einen Hunderttausender Crit Ja, ne Okay, vielleicht ein bisschen weniger, aber Caro, Caro, Caro Caro, 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 433 Ja, ab und zu darfst du da LOL What the fuck Der Text Speed, Mann Oh, du bist, wir haben kein Text, wir haben nur Text Speed Doch, ich hab AP, aber bringt nicht viel Ich geh voll Ja, Alter Du hast ja nur deinen gammeligen Decoy Ja, oder? Was? Der ist im Teamfahrt richtig nützlich Oh, meine, meine Ultima Das kannst du dir auch selber geben Was kannst du dir auch selber geben? Oh, wusste ich nicht Ach, stimmt, ich bin ja Prämien Lappen, Alter Und du Lappen, du Du Wischlappen Ich find, ich find meine Beschreibung aber ziemlich geil Das ist schon alles zurücklaufen, wenn ich bin wieder weg drauf Nee, so ein, so ein Asi bin ich nicht Nee, gar nicht Ja, ich hatte zugehofft, dass den Ding Ja, ich hab zugehofft, dass den Ding Den Ding Den Limitern und Kummer Ich bin leider ab Von nur verreckt Leute, nein Er ulti-ready in 3 Sekunden 2 1 go Red jedenfalls Was? Oh nein, ich muss Kittes verkaufen Ey Was musst du? Das ist ja scheiße unfair Ja Das Ding, ja Den Blood-Riser Den musst du auch verkaufen Das ist das Problem Ohne Witz Du kannst jetzt halt nur noch die Dings stacken Äh, halt Seel Guck mir, Phantom-Lands oder so Ja Auf Karo Müssen Karo vorgucken Lass mal nächstes Mal ein Game machen, wo sich alle Alle nur Phantom-Lands holen dürfen Oh, Seel on irgendwas Das... Gibt schon nirgendwo Ja toll, da gewinnen eh die Misch Das ist doch scheiße Was? Da gewinnen eh immer nur die Rang Ja, komm mal zu mir Oh ja, LOL Mein... Wow, mein Decoi hat keinen Schaden Nimmer Guck mal wie das aussieht, wie der der Heft die ganze Zeit ins Garten schmeißt Niu 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 Ich hab das gedodged Voll Hehehe Eee Das würde der irgendwie... Hehehe Tiu 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 So wie Spider-Man, Alter Tiu 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 Ja genau Tiu 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 Mein Decoi Hehehe Ne, eh, twisted Twisted Der hat ja... Neues So... Die Karte hat ja so... Zuck